Wie können wir langfristig unser Ich-bin-glücklich-Niveau anheben? Indem wir dem Raum geben. Der Tag ist ja immer ein Mini-Format von unserem Leben. Und der Tag ist geprägt von unseren Gewohnheiten. Und es gilt darum, das Glück, das, was mich glücklich macht, in den Tag zu integrieren. Das heisst, mir selbst Raum geben. Und was macht mich glücklich? Und diesen Raum zu nutzen, um zum Beispiel einfach bei mir zu sein. Oder dort so die Zeit zu investieren, dass ich Kompetenzen entwickle, die meine Persönlichkeit weiterentwickeln. Und eben nicht nur mein Handwerk. Und das ist unglaublich beglückend.